So, Digga, Mann, endlich, endlich ist er genau so, seit Monaten will ich den Ständer in einer anderen Position haben und jetzt ist er genau so, dass ich ihn perfekt immer, wo mein Kopf ist, immer hin und her ziehen kann. Zack, 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 zack. Oh, ich schau mal ein bisschen weiter hinten. Kein Problem, der Ständer ist da. Oh, ich schau mal ein bisschen weiter vorne. Kein Problem, der Ständer ist da. Das ist das Kack, Mann. Der ist so, der ist so lang, der Ständer, glaub mir, Chad, der ist, puh, der ist lang, 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 aber der Tisch ist länger und wenn, der ist am Ende vom Tisch gewesen und dann hat er bis, bis hier gereicht und ich musste den mehr gefüllt ziehen und das war scheiße und jetzt habe ich den einfach an der Seite befestigt. Absolut okay. Absolut, oh mein Gott, wie konnte ich monatelang auf sowas verzichten?